Überall liest man und hört man, sei einfach du selbst, du bist gut so wie du bist, schäm dich nicht für deine Macken. Und dann gehen wir in die Welt und versuchen das und plötzlich heißt es, äh, halt, stopp, so nicht. Nicht normal zu sein, ob tatsächlich oder weil wir uns selbst so sehen, ist im ersten Moment nie schön. Das kann sich natürlich ändern und die folgenden sieben Tipps tragen hoffentlich dazu bei. Aber unmittelbar gibt es negatives Feedback, komische Blicke oder sogar ausgewachsenen Hass. Wer nicht abstumpfen möchte, muss damit umgehen können. Gibt es vielleicht einen Weg, unsere nicht normalen Eigenschaften, Verhaltensweisen und Bedürfnisse zu schätzen, ohne auf das Niveau von motivierenden kleinen Instagram-Bildchen zu sinken? Ich hoffe es und wir versuchen es einfach mal. Ich bin, offensichtlich, kein Fan davon, völlig unreflektiert zu behaupten, jeder müsste einfach einen feuchten Pfiff darauf geben, was die Welt von uns erwartet. Klar, was irgendein Fremder oder die Gesellschaft denkt, das sollten wir nicht zu viel Gewicht haben lassen. Aber was unsere Freunde, unsere Familie, unser Partner in uns sehen, das hat schon Bedeutung. Und manch eine Macke, manch eine Eigenheit hat auch Konsequenzen. Wir bekommen Jobs nicht, werden gemobbt oder fühlen uns allein in der Welt. Also nein, hemmungslos nicht mehr auf Rückmeldungen zu hören, ist auch nicht der goldene Weg und darauf kommen wir auch gleich nochmal zurück. Aber ein kleiner Hinweis kann zunächst schon ganz viel bewirken. Normen, also was normal ist, sind keine Naturgesetze. Ich weiß, im Alltag fühlt sich das manchmal so an. Denn so wie die Schwerkraft uns zum Verhängnis wird, wenn wir stolpern, wird uns soziale Ächtung zum Verhängnis, wenn wir mal nicht normal sind. Doch wie viel Wert sollten wir auf diese Normen legen, wenn sie doch ständig im Wandel sind? Pokémon war mal ein reines Kinderhobby, das man lieber mit der Zeit ablegen sollte. Heute ist das Sammeln der Karten ein Milliardengeschäft für Erwachsene. Tugendhaft und zurückhaltend zu sein, galt mal als erstrebenswert und Weg zum Erfolg. Und heute ist Selbstdarstellung wichtiger denn je in sehr, sehr vielen Branchen. Was als normal und unnormal gilt, wird gesellschaftlich ausgehandelt und auch nochmal im persönlichen Umfeld. Und ich finde, solange ich niemandem schade, können keine vernünftigen Argumente dafür gefunden werden, dass ich normaler sein müsste. Was heute als nicht normal gilt, kann morgen schon gesellschaftlich akzeptiert sein. Und was heute als normal gilt, kann morgen schon nicht mehr normal sein. Und wenn wir schon dabei sind, gibst du jemanden auf, weil er eigenwillig redet, komische Karrierewege einschlägt, in seiner Freizeit ein ungewöhnliches Hobby betreibt? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich akzeptierst du Abweichungen von der Norm tagtäglich bei anderen. Und ich finde, du darfst erwarten, dass es umgekehrt auch so ist. Ich komme gleich noch zu den tiefer gehenden Denkansätzen, die dir vielleicht so helfen können wie mir. Aber ich will erst noch einmal sehr offensichtlich bleiben. Normale Menschen schreiben selten Geschichte. Genorm zu sein wird immer heißen, nicht außergewöhnlich zu sein. Wer im Sozialleben, im Beruf, bei Hobbys und bei der Selbstentfaltung normal ist, fällt also nicht auf. Viele Menschen, die der Norm halbwegs entsprechen, gleiten mehr oder weniger durch das Leben. Sie haben natürlich auch Probleme oder mal schlechte Tage. Aber sie müssen nun mal nicht täglich ihren Platz in der Welt hinterfragen. Und seien wir ehrlich, das macht sie wahrscheinlich glücklicher. Aber du wärst nicht hier, wenn du glauben würdest, dass dieses Leben für dich eine Option ist, oder? Ich liste mal ein paar Namen auf und du kannst dann darüber nachdenken, ob das Menschen sind, denen du den Stempel normal aufdrücken würdest. Freddy Mercury, Lady Gaga, Steven Spielberg, Robin Williams, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sigmund Freud, Angela Merkel, Kim Kardashian. Geschichte schreiben meist diejenigen, die im ersten Moment auf Gegenwind stoßen. Max Mustermann ist vielleicht die Ausnahme. Super durchschnittlich und normal und doch deutschlandweit bekannt. Aber all die anderen Menschen, die gute wie schlechte Fußstapfen der Geschichte hinterlassen haben, sind irgendwie anders gewesen. Und das willst du wahrscheinlich gar nicht erreichen. Falls doch, sag mir in den Kommentaren gerne, wie du in die Geschichte eingehen willst. Aber die meisten von uns wollen eigentlich nicht der größte, beste oder einflussreichste in irgendwas sein. Aber das heißt ja nicht, dass unsere Normabweichungen nicht trotzdem wertvoll sein können. Diesen Kanal hier gäbe es nicht, wenn ich standardmäßig 9 to 5 machen würde und möglichst normal wirken wollen würde. Dein emotionaler Beistand für einen Freund wäre vielleicht nie möglich gewesen, wenn du die Welt nicht ein klein wenig anders betrachten würdest. Dieses eine spezielle Hobby, das dir gerade große Freude bereitet, würde einem anderen Menschen vielleicht gar nichts geben. Und ich finde, es ist auch okay, wenn du einen Teil deines Lebens normal verbringst und dir nur deine kleinen, abgefahrenen Nischen suchst. Wenn du auf Arbeit besser klarkommst, indem du deine speziellen Interessen nicht zum Thema machst, wer bin ich dann, dir zu sagen, dass du lieber deine Karrierechancen kappen sollst? Wenn deine Familie deinen Lebensstil nicht akzeptiert, werde ich dir nicht ausreden, dass du beim Familientreffen ein bisschen einen auf Normalo machst, um den Haussegen aufrecht zu erhalten. Es gibt keine Patentlösung fürs Anderssein, weil es nicht nur eine Art gibt, anders zu sein. Du wirst deinen speziellen Cocktail aus Normalität und Kreativität finden müssen. Ich bin nicht Freddie Mercury und du wahrscheinlich auch nicht. Aber Kreativität findet auch nicht nur für Weltstars und Ikonen der Geschichte außerhalb der Norm statt. Das gilt auch für uns kleine, unbedeutende Ja, nun, hätte ich fast normal ausgesagt. Kreativität findet nun mal außerhalb der Norm statt. Und in dem Moment, in dem wir das als Stärke betrachten, stehen uns großartige Welten offen. Auch wenn er über Musik sprach, ich finde das folgende Freddie Mercury-Zitat für jede Form von Kunst interessant. Mach, was du willst mit Musik, mach sie nur nicht langweilig. Also mach, was du willst mit deinen Hobbys, deinen Interessen, deinen Lebensentscheidungen, aber mach sie für dich interessant. Das geht oft gar nicht, wenn du innerhalb des vorgegebenen Rahmens bleibst. Kreativität lebst du auch aus, wenn du deine Wohnung einrichtest, eine Textnachricht verfasst oder ein Geburtstagsgeschenk aussuchst. Die Ecken und Kanten deiner Persönlichkeit entwickeln sich nicht dort, wo der Weg schon vorgegeben ist. Es mag sich manchmal belastend anfühlen, nicht wie, alle anderen zu sein. Aber du wirst dir später auch nicht vorwerfen wollen, einfach immer nur mit dem Sturm geschwommen zu sein. Frag dich mal, ob du andere Menschen ändern willst, wenn sie nicht normal sind. Eher nicht, oder? Du denkst dir bestimmt, dass es dich nicht wirklich was angeht, wie andere leben. Und solange sie niemandem wehtun, ist doch alles gut. Wer weiß, vielleicht schätzt du an einigen Menschen in deinem Leben sogar, dass sie nicht normal sind. Diese Rücksicht solltest du dir selbst auch entgegenbringen. Allein schon deshalb, weil viele von uns Quatschköppen, Eigenwilligen und Verrückten viel Lebenszeit damit verschwenden, gegen unsere natürliche Art anzukämpfen. Manche nur in ihrer Jugend, manche noch in ihren Zwanzigern. Und manche hören ein Leben lang nicht damit auf, sich in eine Schablone pressen zu wollen. Du wirst aber nie richtig glücklich werden, wenn du es versuchst. Denn Menschen, die sich in der Schablone wohlfühlen, die müssen sich ja nicht anstrengen. Die denken nicht darüber nach, wie sie sein müssen oder wie sie sich zusammenreißen können. Sie nutzen ihre Zeit, Gedanken und Energie einfach nur, um zu leben. Und danach müssen wir auch streben. Ja, streben, denn ich kann sagen, dass das Leben für mich nie einfach wirken wird. Aber je weniger ich darüber nachdenke, den Standards andere zu entsprechen, umso mehr Zeit habe ich für Selbstentfaltung, die Pflege wichtiger Beziehungen und Genuss. Deine Andersartigkeit wird nicht einfach verschwinden, oder? Wenn es so leicht wäre, normal zu sein, würden es wohl viele einfach machen. Spätestens im Jugendalter, wenn viele von uns erstmals erfahren, was anders oder nicht normal sein für Konsequenzen haben kann. Aber bestimmte Dinge sind Teil unseres Wesens, die überwinden wir nicht. Je früher wir das akzeptieren, umso früher können wir weitermachen. Und das hat eine interessante, positive Konsequenz. Wir finden die richtigen Menschen für uns. Dann weißt du was? Solange du dich verstellst, wirst du auch nur die Menschen anziehen, die eine zensierte Version von dir mögen. Du gibst anderen, die dich vielleicht mit deinen Ecken und Kanten mögen würden, auch gar nicht die Chance, dich zu finden und kennenzulernen. Der Grund, warum manch einer bei diesen Worten mit den Augen rollt, ist klar. Es gibt keine Erfolgsgarantie und keinen Zeitplan. Wir legen nicht einfach den Schalter um, sind unser unnormales Selbst und Freunde klopfen dann an die Tür. Hey, da bin ich, du bist cool und ich hab dich lieb. So läuft das leider nicht. Die meisten von uns brauchen eine Weile, um uns zu finden und dann auch eine widerstandsfähige Persönlichkeit zu entwickeln. Denn dabei verlieren wir Kontakte, finden neue, verlieren auch vielleicht die wieder und müssen überhaupt erst mal verstehen, was wir in anderen suchen. Das ist es wert, wirklich. Nur ist es eben auch schwer, in unserer schnelllebigen, von Social Media und Stress geprägten, moderne, enge Kontakte zu knüpfen. Wir können es nur immer wieder ausprobieren. Und wir tun uns selbst einen Gefallen, wenn wir dabei nicht versuchen, jemand anderes zu sein. Dann finden wir doch wieder nur die Menschen, die uns nur mit einem Filter über der Persönlichkeit lieben können. Meine Güte, tut es gut, die bekloppten, verrückten, nicht-normalen Dinge an uns selbst zu schätzen. Und ja, ich persönlich finde es total okay, sich selbst und andere als nicht-normal zu bezeichnen. Das ist meine Art, damit umzugehen. Wenn dir das nicht gefällt, aufgrund der negativen Verwendungen in der breiteren Bevölkerung, ist das auch in Ordnung. Nur wenn ich mich oder andere als nicht-normal bezeichne, meine ich das nie böse. Wenn ich jemanden nicht mag oder kritisiere, dann eher mit Worten wie gemein oder rücksichtslos. Normal ist kein Kompliment, also ist unnormal für mich auch keine Beleidigung. Und glaub mir, die Liste der Dinge, für die ich schon richtig schräg angeguckt wurde, ist eigentlich viel, viel länger als die folgenden drei Beispiele. Ich habe seit bestimmt drei Jahren nichts mehr gekocht, was mehr als eine Pfanne oder länger als fünf Minuten braucht. Und nein, das heißt nicht, dass ich dann oft einfach liefern lasse oder essen gehe. Und nein, ich habe auch keinen Backofen für Tiefkühlpizza. Mir jeden Tag auszudenken, was ich essen soll, dafür einzukaufen, zu kochen und danach wieder sauber zu machen, bereitet mir keine Freude, sondern Stress. Also habe ich so fünf Mahlzeiten, die ich rotiere. Und die Reaktionen, wenn ich das erzähle, befinden sich irgendwo zwischen und frag mich nach Arkane, House of the Dragon oder Dune und ich werde so vorzumieben. Das bereitet mir ernsthaft Freude. Anschauen, analysieren, diskutieren. Die guten Gefühle, die sich viele Menschen auf Partys, durch Dating oder beim Shopping holen, bekomme ich durch gut erzählte Geschichten und dadurch völlig absurde Details herauszufinden. Und jetzt sagen dann einige, wie traurig ist das denn bitte? Serien gucken, mit echten sozialen Kontakten gleichsetzen? Und dazu sage ich erstens, das ist ja nicht die einzige Quelle meines Glücks. Und zweitens, ja und du? Mein Körper schenkt mir nun mal diese süßen kleinen Glückshormone, denen wir unter anderem mit Alkohol, Schäferstündchen und Konsum nachjagen. Auch dann, wenn ich dieses Intro höre. Soll ich mir das jetzt verweigern, weil es nicht ins Bild passt? Nope. Ich werde mich wie ein selbstbestimmter Mensch hinsetzen, Play drücken und dann große Freude dabei spüren, wie mich Folge 3, 6 und 9 emotional zerstören. Früher dachte ich, Menschen müssten täglich sozial sein. Und seien wir ehrlich, die meisten Menschen müssen das auch. Das ist definitiv normal. Aber mir fehlt nichts, wenn ich nicht jeden Tag Menschen treffe. Das ist keine Sehnsucht, keine Einsamkeit, keine trübe Stimmung. Ja, ich brauche Familie und Freunde, aber nein, ich muss sie und mich nicht zu Kontakt zwingen, wenn sich das gerade nicht richtig anfühlt. So, unzählige Menschen sehnen mir einen einsamen Menschen mit Kinderhobbys, der zu faul zum Kochen ist. Nicht gerade etwas, was mir sozialen Kredit verleiht. Mein Leben ist aber tausendmal besser, seitdem ich nicht mehr koche, mir über Filme und Serien in dem Mund fusselig rede und mich nicht mehr zu Kontakten zwinge. Da kommen wir wieder zurück zu dem folgenden Punkt. Was diese anderen, fremden Menschen denken, darf keinen Raum in meinem Leben bekommen. Hat es eine Weile gedauert, an den Punkt zu kommen, an dem ich jetzt bin, an dem ich mich nicht mehr schäme? Jipp. Habe ich ernsthaft überlegt, diesen Teil aus dem Video zu schneiden? Absolut. Wirklich zu akzeptieren, dass wir nicht normal sind, vor allem, dass wir nicht mal annähernd normal sind, bedeutet immer die Möglichkeit zu eröffnen, dass wir allein oder mit nur sehr wenigen Menschen zurückbleiben. Daher lache ich auch niemanden aus, der sagt, er will nur normal sein. Der Wunsch nach sozialem Anschluss ist für die meisten von uns tief in der Seele verankert. Nur besteht die Tragik des Andersseins nun mal darin, dass wir sowohl für das Normal tun, als auch für das Nicht-Normal-Sein bestraft werden können. Die Menschen in meinem Leben, die müssen mich jetzt nicht unbedingt anfeuern, aber sie sollten mir auch nicht das Gefühl geben, ich müsste mich ändern. So weiß ich heute auch, dass diejenigen, die Teil meines Lebens sind, coole Leute sind. Auch sie lassen sich nicht von der Norm so stark beeinflussen, dass sie jemanden ausschließen, wenn er nicht in die Schablone passt. Und solche Menschen sollte jeder in seinem Leben haben. Dann wäre die Welt vielleicht ein besserer Ort. Und ich wünsche dir, dass du diese Menschen findest. Aber dafür musst du dich erst einmal trauen, deine Eigenheiten nicht zu verstecken. Ich habe in diesem Video mehr als einmal erwähnt, dass es okay ist, wenn uns die Ablehnung im ersten Moment verletzt. Sich schlecht zu fühlen, wenn wir komisch beäugt oder abgelehnt werden, ist, ironischerweise, ziemlich normal. Selbst dann, wenn wir uns eigentlich vorgenommen hatten, nicht mehr so viel darauf zu geben, was andere denken. Aber, wenn du nicht nur auf einzelne Momente und Erfahrungen schaust, sondern auf dein ganzes Leben, meinst du dann, du wirst eines Tages zurückschauen und dir denken, wäre ich doch nur normaler gewesen? Was ist, wenn du eine zweite Chance bekommen würdest? Würdest du dir dann fest vornehmen, der durchschnittlichste Mensch aller Zeiten zu werden? Ich sollte euch zum Ende so eines Videos eigentlich empfehlen, noch mehr von Wanderlust Introvert zu gucken. Das kitzelt den Algorithmus an den richtigen Stellen. Aber ich verlinke euch einfach mal ein paar Dokus über Menschen hohen Alters in der Hoffnung, dass wir die Erkenntnisse, die vielen erst mit 60, 70 oder gar 80 kommen, ein bisschen vorziehen können. Denn da klingt immer und immer wieder an, je früher wir aufhören, irgendeinem künstlichen Bild von Normalität nachzujagen, umso eher stellt sich Zufriedenheit ein. Untertitelung im Auftrag des ZDF,